Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung und möchtest, parallel dazu, die Fachhochschulreife erlangen? Wie wäre es mit einer Berufsausbildung zum kaufmännischen Assistenten für Fremdsprachen und Korrespondenz an der Dr. Buhmann Schule? Nach deiner Ausbildung arbeitest du zum Beispiel für internationale Unternehmen im Marketing, im Vertrieb oder sorgst für eine reibungslose Kommunikation mit Geschäftspartnern. Voraussetzung ist ein Realschulabschluss und ein großes Interesse an Fremdsprachen. Mit dem Abschluss deiner Ausbildung bist du staatlich geprüfter kaufmännischer Assistent für Fremdsprachen und Korrespondenz. Parallel dazu hast du die Möglichkeit, deine Fachhochschulreife zu erlangen. Du kannst jährlich im Februar und August mit deiner Ausbildung beginnen.